Musik Das neue Bauprojekt der Firma Helm, Modus 2 im alten Schlachthof, bedeutet exklusives Wohnen direkt an der Lahn. Die Besonderheit in diesem Projekt ist, dass man in einem Wohnpark lebt, mit Blickbeziehung zum alten Schlachthof, zu einem historischen Bestand, was eine absolute Rarität für Gießen ist. Wir bieten hier eine einzigartige Stadträsidenz zwischen Historie und Moderne direkt an der Lahn. Modus 2 bedeutet nicht nur Wohnen, sondern Leben in einer ruhigen Oase und kurzen Wegen in die Innenstadt. Die Lage hier an der Lahn bedeutet abwechslungsreiche Möglichkeiten zum Genießen und Entspannen an der Lahn für Sport- und Spaziergänge, Wander- und Radwege direkt vor der Haustür. Die Bauweise der Firma Helm zeichnet sich aus für gesundes und ökologisches Wohnen durch innovative Bauweisen für ein natürliches Raumklima. Wir als Firma Helm stehen seit mehr als 35 Jahren für natürliches und ökologisches Bauen. Wie bei all unseren Projekten arbeiten wir auch bei Modus 2 am alten Schlachthof mit unserem innovativen Wandsystem auf der Grundlage von Pläthorn. Dieser Pläthorn sorgt für natürliches, gesundes Raum- und Wohnklima. In diesem Projekt wollen wir eine vielfältige Zielgruppe erreichen. Die Wohnungen sind so gestaltet, dass man sie im Grunde vergrößern kann, wie man möchte. Es soll in jede Lebensphase passen, sei es eine Zwei-Zimmer-Wohnung für den Single- oder Drei-Zimmer-Wohnung für Pärchen oder eben noch größere Einheiten für die junge Familie, aber auch eben für einfach großzügiges, luxuriöses Wohnen bis hin zu 200 oder noch mehr Quadratmetern. Die zeitlose Architektur von Modus 2 tritt bewusst in Beziehung zum Flair der historischen Klinkerfassaden, dem satten Grün der Parkanlage und dem benachbarten Lahnufer mit dem vitalen Leben der Stadt. Alles, was man zum Leben braucht, ist direkt vor der Haustüre. Sei es für die Familie der Kindergarten oder aber auch der schönste Spielplatz Gießens, aber auch für die kulinarischen Freuden oder aber auch die Schule und Geschäfte direkt um die Ecke. Eine Investition in dieser Wohnanlage bedeutet für Eigennutzer und aber auch für Kapitalanleger eine zukunftssichere Investition in langfristige Werthaltigkeit und ein dauerhaft gutes Wohn- und Lebensgefühl. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.